Herr Hansen im Eupersheim. Ich fühle mich so allein gelassen. Und leer. Niemand nimmt mich wirklich ernst. Keiner kümmert sich um mich. Hallo, Herr Hansen. Ich bin ziemlich im Stress. Ich muss noch so viel machen. Was ist jetzt? So viel Schmutzwäsche kann doch ein Mensch nicht in der Unterkunft. Sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Sie sehen so traurig aus. Endlich kommt mal jemand zu mir. Wollen wir mal rausgehen? Komm, dann können Sie mir alles erzählen. Kommen Sie mal. So viel Schmutzwäsche. Vielen Dank.